Also insofern eine ganz normale Platte, aber mit tollen Hits. Wer möchte sie denn gerne haben? Ja, möchtest du sie? Ja, dann schenke ich sie dir. Ja, also ich meine, das muss schon noch drin sein. Die 24, 80 oder 90, diese Koste, das haben wir schon noch übrig. So, jetzt geht's aber zur nächsten Gruppe. Und eigentlich brauche ich nur ein Wort zu sagen, aber ich will doch einen Satz dazu loslassen. Sie ist Nummer 1 in der ganzen Welt, glaube ich inzwischen. Ein ganz kurzer Name steht dafür. Haben ein tolles Video gemacht, was auch wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen hat. jetzt gerade in Amerika. Jetzt muss ich sie auch richtig ankündigen. Welkommen till Tüskland, Güter. Aha, fake on me. Applaus Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020